Also Joy of Weaving, worum geht es da eigentlich? Da geht es um den Genuss, haptisch mit Material umzugehen, verschiedene Techniken in Systeme zu bringen und einfach diese verschiedenen Materialien auch zu fühlen und zu genießen, was man da tut. Da geht es eben in erster Linie auch um den Prozess und gar nicht so um die Resultate, sondern das, was wir anfassen, dass wir das auch wertschätzen, was wir auch anhaben zum Teil, die Kleidung, dass wir das wertschätzen und transformieren können zu etwas, was auch anderen Menschen Freude bereitet.